Moin Leute, herzlich willkommen zu der zweiten Folge mit mir und Ali. Genau. Ähm, Ali ist auch dabei. Ali! Ja? Ich hab noch, äh, Eisen. Ja, okay, gut. Brauchst du noch Eisen? Nein. Okay. Meine, mein, äh, meine Sache. Ich werde heute, ach nicht, das Fleisch. Ähm, genau. Noch, nein, noch mehr, äh, Kühe züchten. Das heißt, ich brauche Weizen. Und was ich mitnehme, ist Brot, weil ich sonst nichts zu essen habe. Genau. Kühe kommt her. Zack, zack, zack und zack. So, jetzt hab ich vier. Also, was heißt vier? Äh, eins. Moin, Ali. Moin. Eins. Ja, brauchst du Essen? Nee, ich hab 37 Brote. Ja, ich hab noch Fleisch. Ja, danke. Hast du meine Kugel? Oh, nee. Scharf. So. Äh. Genau, ich werde heute, das wollte ich auch noch machen. Stimmt. Mein, mein, äh, Haus und Kuhstall erweitern. Also, erstens ist, Kühe, Kuhstall weiterbauen. Also, noch größer machen. Nennen wir Stein. Und Stein, wisst ihr, findet man, äh, in den Berg oder am Berg. Genau. Kühe, ist das Tor zu? Ja. Kühe, ich komm nachher wieder. Ich support, ach, ich supporte. Ich porte mich mal ganz kurz zu Ali. Wer? Ja, ich zu Ali. Danke. So. Weil hier, genau, hier baut Ali gerade schon Stein ab. Ich brauche auch noch Stein. Ähm. Genau. Ja. Wenn euch das Video jetzt schon gefällt, ne? Leute, dann lasst euch ein Like und ein Abo da. Auch bei Ali. Ich verlinke euch Ali in, in den, in der Videobeschreibung. Alle jetzt ein Like und Abo reinhauen. Der wird sich freuen, glaube ich. Genau. Danke für den Stein. Ach, Erda, jetzt habe ich Erda eingesammelt. Okay, 26 Steine. Das heißt, ich, ja, Holz brauche ich auch. Ähm. Ach komm, hier ist auch noch Stein, eine Höhle. Ach, ein Loch mit Steinen. Das können wir auch ganz kurz abbauen. Ähm. Ja. Äh. Wie viele Steine habe ich jetzt? 39. Okay. 43, 45, meint ich. Zack. Danke. So, ich jetzt ganz kurz zu Ali. Weil ich was fragen wollte. Oh, Zombies. Zombie-Ali. Ja, weißt du das. Ja, okay. Äh, genau. Da ist Erfahrung, die brauche ich. Danke. Ähm. Ja, ach so, genau. Steine. Ähm. Steine. Genau, weil ich, ich habe ja gesagt, ich will den Kuhstall, meinen Kuhstall erweitern. Das ist wieder Erfahrung. Geil. Ich brauche noch Erfahrung unbedingt. Ich habe erst Erfahrung acht. Jetzt habe ich kein Brot mehr dabei. Ich brauche unbedingt Brot. Ähm. Ja. Brot habe ich in meinem Haus. Das weiß ich. Nämlich. Äh. Ach da. Brot. 37 Stück. So. Ich habe jetzt erstmal wieder Vollpower. So. Ach so. Steine tue ich erstmal hier rein. Weil ich Stein erstmal nicht mehr brauche. Ähm. Aber heute, aber heute zocke ich bis, ähm, bis 20.30 Uhr. Ja. Genau. Äh, Axt und Schaufel und Holz brauche ich. Holz habe ich hier. Kohle brauche ich. Hä? Ist es schlimm, wenn ich Radio habe? Ja. Ach so. Was wollte ich jetzt? Ach so, genau. Wir bauen uns ganz schnell Bäume ab. Das heißt, hier, wir nehmen wieder diese Schwarz-Eichen-Bäume. Kann man das Schippe besser, glaube ich, ne? Nehmen wir eine Axt. Steinspitzhacke. Ähm. Ich glaube, ich crafte mir auch eine Holz-Axt. Damit geht das noch besser und schneller. Ähm. Da. Warte. Zack. Zack. Und eine. Da kann ich nicht holen. Hä? Ich brauche eine Werkbank. Okay, dann. Hier ist übrigens Alis Mülleimer. Lava-Eimer einfach. Weil in Lava verbrennen ja alle Sachen, die man da reinwirft. Und. Also. Ja. Ich finde die Welt schon vor... Noch. Ich finde die Welt schön von Ali. Ich finde die richtig schön. Was wollte ich jetzt? Ich wollte. Äh. Ach so, genau. Ne Holz-Axt. Da. Ne, da. Cool. Dann tue ich die anderen Sachen wieder weg. Das. So. Und die beiden Holz-Axte brauche ich. Ja. Gühe. Ihr kommt nächste Folge dran. Mit dem Kuhstallerweiterung. Weil ich hab jetzt... Ich muss erstmal Holz abbauen. Und der Kuhstall kommt dann nächste Folge irgendwann. Äh. Diese Woche noch. Auf jeden Fall. Oder nächste Woche. Keine Ahnung. Muss immer noch... Muss ich noch mit Ali besprechen. Wann die nächste Folge kommt. Aber. So. Genau. Hey. Hä? Nichts. Ach so. Alles gut. So. Ähm. Genau. Wie gesagt. Kuhstall bauen. Also erweitert die Kuh... Die Kuhstallerweiterung kommt. Diese Woche noch. Ich weiß nicht wann. Morgen. Übermorgen. Überübermorgen. Oder. Samstag. Freitag. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird dann da der Kuhstall erweitert. Äh. Ja. Ja. Ähm. Ali. Ja. Was baust du noch so? Ich baue meine Baustelle zu Ende. Was baust du denn da? Ich mache doch die Baustelle. Ich mache doch alles hier den Berg weg. Ach ja. Das stimmt. Genau. Genau. Ali baut gerade den Berg weg. Also versucht er zumindestens. Ob der es schafft. Weiß nicht. Ich glaube es mal. So. Ich habe die Hälfte. Also die Hälfte noch nicht fertig. Die Hälfte ist noch nicht fertig. Ja. Und die Bäume müssen noch abgefällt werden. Das ist viel Arbeit hier. Aber hier habe ich schon die Hälfte. Hey. Wo bist du? Ich glaube ich war fast alles weg. Ja. Du weißt hier. Ich wollte ein Dorf bauen. Ja. Weiß ich. Ali stell dich mal kurz neben mir. Neben mich. Ja. Warte. Nee. Jetzt. Guck mal in die Kamera. Du siehst vielleicht cool aus Ali. Mit dem Helm. Ja. Ich habe leider noch keinen Helm. Ähm. Guck mal mit. Was denn? Zum Keller. Zum Keller. Hast du eine oder was? Mal gucken was Ali für mich hat. Mal gucken was Ali für mich hat. Wo bist du? Ich bin hier. Ach da bist du. Alter. Ich sterbe hier fast. Du hast ihn mal erst mal in die Kiste. Ja warte. Oha. Jo danke. Den Helm lässt dich nochmal direkt auf. Wie sehe ich aus? Ich habe keine Augen. Ha. Doch jetzt. Jetzt habe ich Augen. Das sieht cool aus. Ja bitte. Hier hast du Stöckerl. Also Sticks drin. Hier so alles mögliche drin. Du hast Schleimbälle. Ja. Ich habe auch Zuckerrohr. Ali. Ja. Ich habe eine Idee. Darf ich. Ich nehme gerade das Zuckerrohr raus. Zuckerrohr raus. Darf ich eine Zuckerrohrfarm bauen? Wie bitte? Darf ich eine Zuckerrohrfarm bauen? Ja. Hier. Ich habe ihn schon ausgenommen. Hier. Den Eimer. Achso. Danke. Äh. Nee. Woanders. Ciao. Ciao. Ich komme gleich auch. Ja. Ey. Was ist denn jetzt los? Ich brauche das. Ey Ali. Ali sterbe. Ey fuck. Ja alter. Hau doch auf. Ich muss erst mal meine Erde wegpacken. Geht doch. So. Leute. Ich gehe jetzt nach oben. Äh. Ali ist es Abend ne? Was? Abend. Warte mal. Ich gucke. Ja ich habe noch ein Wolle. Ich brauche mir ein Bett. Ey scheiß Zombies. Man haut ab man. Ich gehe mal. Ne. Okay. Ja warte doch. Ich kann nicht schlafen. Ich kann wirklich nicht schlafen. Ich muss kurz die Monster töten. Danach kann ich schlafen gehen. Jetzt seid ihr. Jetzt seid ihr fällig. Alter. Wo seid ihr? Komm. Hau ab da. Hau ab. Hau ab. Mann. verpisst euch. Danke und tschüss. Alter. Ja ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh ja ich bin tot. Scheiße man. Mann. Meine ganz. Ne nicht. Ey was ist denn mit euch los hier. Haut doch mal ab jetzt. Spack. Spacken alter. Huff. Creeper. Danke für das Schießpulver. Spinne. Jetzt bist du dran. Hör auf. Ey. Yo. Angriff auf mich. Danke für. Was ist denn das? Ja. So Leute. Was wollte ich jetzt machen? Ach genau. Ich wollte eine Zuckerrohrfarm bauen. So eben. Tür zu. Ich baue jetzt. Brauchst du Hilfe? Ja ich brauche Hilfe. Äh. Wasser. Kannst du das gerne machen? Muss ich gucken. Ich meine. Ich glaube hier so. Hier. Also hier am Rand. Das heißt. Okay. Ja. Das heißt. Ich muss. Warte mal. Dann müssen wir hier kurz Erde machen. So. Genau. Das. Das wird das Grundstück für das. Hallo. Für das. Für die Zuckerrohrfarm. Ich habe dir eine Schafe gegeben. Ach so. Ja. Danke. Soll ich Steine bauen? Steine? Steine. Steine. Ne. Ne. Lass. Brauchst du nicht. Warum? Reicht doch schon längst. Also. Brauche ich nicht unbedingt. Aber. Wenn du es machen willst. Mach ruhig. Nein. Wegen Zombies. Und so. Ach so. Ne. Lass ruhig. So. Und Leute. Ich würde sagen. Ich mache ganz schnell. Das Zuckerrohr. Äh. Da. Rein. Äh. Anpflanzen. Okay. Er hat Ali schon mitgenommen. Und danach war es das. Mit dieser Folge. Jetzt habe ich den Eimann. Okay. Okay. Platz jetzt einmal. Zack. 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 Geht das hier auch? Ne. Genau. Dann mache ich hier nochmal. Äh. Nein. Scheiße. Alter. Ja. Danke. Zack. 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 Und jetzt verkacke ich total. So. So. Und jetzt einfach. Das Zuckerrohr da hinten. Bouncen. Jetzt geht er weg. Warte mal. Ich muss kurz wegbauen. Zack. Ja Leute. Ich würde erstmal sagen. Das war's. Für heute. Genau. Ali baut noch gerade das Boot ab. Und danach. Ja. Kriegst du nicht hin? Doch. Leute. Das ist erstmal unsere Mini Zuckerrohr Farm. Erstmal. Ähm. Die wird sich aber noch erweitern. Ja. Ich würde sagen. Das war's. Leute. Abonniert gerne Ali. Abonniert mich. Lasst ein Like da. Schreibt auch gerne einen netten Kommentar. Würden wir uns darüber freuen. Ähm. Ja. Bis zur nächsten Folge. Mit Ali und mir. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.